Hi Leute, heute möchte ich euch mal ein paar kleine Tricks mit der iOS-Tastatur zeigen. Den ersten einfachen Trick, den ich euch zeigen möchte, ist das, wenn ihr hier bei den Buchstaben seid und ihr möchtet eine Zahl einfügen, dann müsst ihr normal unten auf 1, 2, 3 und dann seid ihr erst bei den Zahlen, könnt ihr eintippen und müsst wieder zurück auf ABC. Der leichtere Weg ist das, wenn ihr irgendetwas schreibt, dann geht ihr unten auf 1, 2, 3, bleibt aber auf der Tastatur mit dem Finger, zieht einfach hoch, geht zum Beispiel auf die 3 und lasst los. Dann seid ihr direkt wieder bei den Buchstaben zurück, müsst nicht erst wieder unten draufdrücken, damit ihr bei den Buchstaben seid. Der nächste Trick, den ich euch zeigen möchte, ist, wenn ihr irgendetwas schreibt, verbessert es ja das iPhone meistens automatisch, was oft passiert, dass es nicht das Richtige ist. Wenn ihr das ausschalten möchtet, geht ihr ganz einfach unter Einstellungen, Allgemein, Tastatur und hier könnt ihr alles ausschalten. Zum Beispiel die automatische Großschreibekorrektur, die Kurzbefehle, die Feststelltaste, alles könnt ihr da ausschalten. Ihr könnt einstellen, dass die Tastatur zum Beispiel auf Englisch, Französisch, Spanisch, was auch immer ist. Und was ich cool finde, ist das untere, ein Kurzbefehl hinzufügen. Ihr könnt jetzt oben zum Beispiel reinschreiben, Hallo, was geht. Und unten gebt ihr einfach den Kurzbefehl ein, HG nehme ich jetzt mal, sichert das oben. Und wenn ihr jetzt einen Text eingebt, und zwar HG, dann fügt ihr das automatisch ein. Wenn ihr damit ein wenig arbeitet und einige Sachen einfügt, dann wird eure Korrektur immer besser. Und deswegen würde ich es auch nicht ausschalten, sondern lieber damit arbeiten. Und das Arbeiten wird immer angenehmer. Ich hoffe, ich habe euch mal wieder ein wenig geholfen. Bis zum nächsten Mal, euer Apple-Tipp. Ciao! Ciao!